Die United World Horrorfilme sind was für Dummköpfe. Sie entsperren jeder realistischen Grundlage. Warum sind wir hier bloß eingesperrt worden? Na, da sollen wir das wissen. Wir werden es schon noch erfahren. Und wenn wir zusammenhalten, kann uns auch nichts passieren. Doch lieber auf dem leckenden Schiff von ihnen fünf zurück. Ja gut, befohlen, dass ihr alle fünf getötet werdet. Wieso? Weil er, der ewig lebt, diesen Befehl gegeben hat. Und das Volk ihm immer gehorcht. Wieso hat er diese Macht? Vielleicht, weil er schon bei der Meuterei eurer Vorfahren dabei war? Ja, und das ist die reine Wahrheit. Für ihre Angst hat er nur Hohn, denn er ist ein Tyrann. Die Kinder nun im fremden Land auf sich allein gestellt. Nehmen selbst ihr Schicksal in die Hand. Aber ich bin gekommen, um euch zu warnen. Meine jungen Freunde, ihr seid in großer Gefahr. Nehmen selbst ihr Schicksal in die Hand, das sie gefangen hält. Auf einem Felsen im Meer. Verloren im Meer. Verloren im Meer. Verloren im Meer.